Moin Leute, vor kurzem gab es ein Interview mit Christian Lindner, wo er sagte, dass die Solarförderung, wozu auch im weiteren Sinne die Einspeisevergütung gehört, jetzt bald wegfallen soll. Jo Christian, Kommunikation echt sechs Sätzen, denn in meinem E-Mail-Postfach merkte ich dann relativ schnell, was er damit ausgelöst hat. Verunsicherung, Ängste und jede Menge Spekulationen und alles ist sicherlich nicht sehr hilfreich. Deswegen heute, was ist dran, was ist real geplant und wie viel ist auch von seinen Aussagen zu halten, denn so ein bisschen was ist nämlich schon dran. Ja, was halte ich jetzt von den geplanten Änderungen? Auch dazu werde ich halt irgendwie ein Statement abgeben und ich sag's jetzt schon mal, ich werde bald wieder nach Berlin latschen. Gründe dafür gibt's leider im Moment genug, es ist jetzt nicht speziell dieser Grund, aber dazu in Zukunft mehr. Also Abo nicht vergessen, denn ich werde euch bald auf jeden Fall wieder brauchen, es ist leider, leider wieder Zeit zu kämpfen. Und natürlich haben wir heute auch ein paar Ideen dabei, wie man das Problem auch ohne den Vorschlaghammer, also alles zu streichen, hinbekommen kann. Das ist super Gelegenheit, um auf den Sponsor dieses Videos aufmerksam zu machen und ehrlich gesagt fällt mir das super leicht, denn es geht um AMD und das ist eine Marke, die ich mein ganzes Leben lang eigentlich schon nutze und mit der ich eigentlich immer mehr als zufrieden war. Was super interessant ist, ist Energieeffizienz und Leistung in Bezug auf KI-Anwendungen, zum Beispiel in Adobe, Photoshop, DaVinci Resolve und die ganzen Bild- und Videoverarbeitungsprogramme. Und die AMD Ryzen Pro Prozessoren haben hier eine spezielle NPU drin. Diese ist für KI-Anwendungen optimiert. Und wie geht jetzt sowas? Ein Trick zum Beispiel, der wissenschaftlich echt geil ist, um KIs schneller zu machen, ist die Genauigkeit von Zahlen für eine kurze Zeit innerhalb der KI zu verringern. Was heißt das? Typischerweise werden so Kommazahlen mit 32 Bit dargestellt und zum Beispiel Pi würde dann so aussehen. Damit kann ich jetzt so sieben bis acht Nachkommastellen abbilden. Nehme ich jetzt zum Beispiel nur 16 Bit, dann habe ich nur drei bis vier Nachkommastellen. Und das Geile dabei ist, du brauchst dann nur noch die Hälfte an Speicher und in der NPU sind jetzt auch noch hierfür spezielle Recheneinheiten drin, also für 16 Bit zum Beispiel. Und das bringt richtig Speed und eine saftige Energieersparnis. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die beiden Sachen. Es gibt auf einer NPU, GPU, CPU, was auch immer, ja immer Recheneinheiten und den Speicher. Und die Verbindung und auch der Abstand zwischen den beiden, der ist unfassbar wichtig für die Geschwindigkeit, ganz besonders bei KI-Anwendungen. Und genau da setzt AMD jetzt auch an. Bei der NPU ist das ein extrem schneller Speicher, der direkt in den Recheneinheiten verbaut ist. Und das beschleunigt die Operation wirklich massiv. Und was bringt das jetzt? Bei KI-Anwendungen zum Beispiel wie Adobe KI-Tools, Resolve und so weiter, sind es 30 bis 80 Prozent mehr Speed im Vergleich zu einer vergleichbaren CPU. Auf der AMD-Webseite findest du zudem viele spannende Infos. Es gibt Tools, mit denen du direkt vergleichen kannst, wie viel Energie und Kosten du mit dem neuen Prozessor sparen kannst. Schau dir das gerne unter der Adresse an. Aber es gibt auch noch einen Test-Drive, wo du die Geräte für dein Unternehmen testen kannst. Also es ist wirklich eine ziemlich coole Sache insgesamt. Und okay, jetzt zurück zum Thema. Bevor wir über Lösungen und irgendwelche bitteren Wahrheiten sprechen, jetzt erst mal, worum geht es überhaupt? Was ist das Problem mit der EEG-Vergütung? Und welche Info gibt es? Und wie wichtig sind die eigentlich? Das werde ich euch heute aufdröseln. Das sind nämlich genau drei verschiedene Sachen. Und das erste ist das Interview mit Christian Lindner. Das war ein Interview mit der Funke Mediengruppe am 12. August. Und Lindner sagt jetzt, das Ende der EEG-Vergütung sollte ursprünglich spätestens zusammen mit dem Kohleausstieg passieren, der für 2030 vorgesehen ist. In diesem Interview meint Lindner auch, dass aus seiner Dicht das jetzt deutlich schneller gehen könnte. Das heißt also, dass es jetzt eigentlich schneller sein könnte. Und die neue Kleinanlage auf dem Hausdach ist ja eh schon von der Mehrwertsteuer befreit. Deswegen ist das ja bereits Förderung genug. Darüber kann man sicherlich streiten. Ja, wie viel Aussagekraft hat das jetzt? Ein Interview mit egal wem heißt erst mal tatsächlich gar nichts. Und jetzt die Frage sofort, gibt es da irgendwas Schriftliches? Ja, und zwar noch zwei Sachen. Eine davon, damit fangen wir jetzt an, das ist die Wachstumsinitiative. So, und das ist die nächstwichtige Stufe und das ist dieses Papier hier. Das ist quasi ein schriftlicher Plan der Regierung und die Inhalte sind sehr schwammig und als Vorhaben zu sehen. Hier stehen jetzt mehrere Dinge zum Thema EE-Vergütung, aber auch zu ganz vielen anderen Dingen, zu Bus, Bahn, alles Mögliche. Also echt großer Plan quasi, aber auch zum Thema EE-Vergütung. So, und da steht jetzt tatsächlich, mit Ende der Kohleverströmung, welche so 2035 bis 2038 geplant ist, wird auch die Förderung der Erneuerbaren auslaufen. Darunter fällt auch die EEG-Vergütung. Das deckt sich also tatsächlich mit Lindners Aussagen. Bestandsanlagen sind natürlich nicht betroffen und eure Verträge laufen 20 Jahre weiter. Warum das so geplant ist, dazu kommen wir gleich nochmal. Da werde ich jetzt das mal genau aufdröseln, aber jetzt bleiben wir erstmal bei den Fakten, was ist Ist-Zustand? Also was ist jetzt in diesen Papieren drin? Da gibt es nämlich noch diesen Absatz und der ist verdammt spannend. Und hier seht ihr Anlagen größer 25 kWp und 25 kWp, das haben tatsächlich schon einige mittlerweile, auch auf dem Dach stellenweise. Das ist nicht mehr ganz so selten, wie es früher mal war. Diese Anlagen sollen bald eine Direktvermarktungspflicht bekommen. So, und jetzt direkt, was ist Direktvermarktung? Ihr bekommt dann nicht mehr wie gewohnt zum Beispiel diese konstanten 7 Cent die Kilowattstunde, also wie ich das jetzt beispielsweise bekomme und viele von euch auch, sondern das, was der Strom an der Börse aktuell wert ist und das ändert sich momentan stündlich. Und ich persönlich mit einem riesigen Selbstbau-Akku und ich habe mir auch selber ein mega intelligentes Management-System selber entwickelt, finde Direktvermarktung tatsächlich geil, weil ich kann das nutzen. Ich habe einen Akku und ich habe ein schlaues System dahinter, das sagt jetzt, ich speise dann später ein, wenn der Strom teuer ist und so weiter und dann kann ich sogar richtig Gewinn damit machen. Dann ist das eine geile Sache und ich mache das auch freiwillig oder ich will es sogar machen. Aber für Anlagen ohne Akku ist das wirtschaftlich echt Mist, denn ihr bekommt dann den Strompreis zur Mittagszeit zum Beispiel und der ist am Mittag in der Regel sehr niedrig und dann auch eure Vergütung. Und das macht es wirklich, wirklich echt, also ich glaube schon, dass das ziemlich unrentabel ist dann. Und das wird definitiv zu einem saftigen Einbruch des Ausbaus führen. Also alleine schon, weil man nicht mehr so gut planen kann. Du bist ja dann auch wirklich den Schwankungen ausgesetzt. Und wie gesagt, wenn du die nicht ausgleichen kannst durch den Akku und eine intelligente Steuerung, ist das echt ein Problem. Also das ist nicht ganz so entspannt. Persönlich fände ich es viel sinnvoller, wenn man hier jetzt einen Anreiz für Leute wie mich zum Beispiel setzt, also dass ich das freiwillig mache, sogar aus meiner bestehenden EEG-Vergütung freiwillig rausgehe, in die Direktvermarktung. Also was weiß ich, ey, keine Ahnung, wenn die jetzt mir sagen, was weiß ich, hier hast du ein paar Euro und dann verpisse ich aus der EEG-Vergütung und wenn du dann in Direktvermarktung gehst, sind wir alle fein. Dann würdest du sofort sagen, ja, mache ich, kein Stress. Also bin ich sofort dabei, sehr gerne. Vorausgesetzt, ich kriege irgendwann mal meinen scheiß Mieter-Gateway. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, für Leute ohne einen Akku oder ohne eine intelligente Steuerung, ich kann es nicht oft genug wiederholen, ist das eine Katastrophe, glaube ich. So, wenn es euch interessiert, dann kann ich das auch bald gerne mal durchrechnen, also euch mal wirklich konkrete Zahlen nennen. Dann schreibt einfach unten einen Kommentar rein und ein Like tut auch nicht weh. So, und jetzt kommt der nächste Hammer. PV-Anlagen sollen bei negativen Strompreisen gar keine Vergütung mehr bekommen. Das kann man jetzt so ein bisschen verstehen, weil das kostet den Bund wirklich viel Geld. Also es kostet wirklich richtig Geld und ich erkläre euch auch gleich nochmal, warum. Und deswegen ist es ein bisschen nachvollziehbar. Kleine Anlagen sind jetzt von dieser Regelung aber ausgenommen. Aber was kleine Anlagen sind, wird nicht konkret definiert. Es gibt hier viele Spekulationen, insbesondere einer Kurzstudie der TU Darmstadt. Aber wenn wir jetzt einfach bei den Fakten bleiben, dann ist es tatsächlich die Fakten so ein Fragezeichen. Wir wissen es nicht. Ja, und mehr kann man an der Stelle auch einfach nicht sagen. Also zum Planen ist das natürlich nicht so fein, ne? Also keine Ahnung, das... Okay, wie konkret ist das jetzt? Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Dieses Papier, also diese Wachstumsinitiative, so die muss jetzt erstmal in konkrete Gesetzesänderungen umformuliert werden. Und dann muss das noch den gesamten Gesetzgebungsprozess durchlaufen. Und während dieses Prozesses reden jede Menge Leute mit. Sprich, da wird sich jetzt noch jede Menge dran ändern. Und wenn wir das jetzt wirklich alle super scheiße finden, dann lasse ich meinetwegen nochmal nach Berlin. Das geht einfach nicht. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Papier. Und das ist das Verbindlichste, was aktuell existiert. Der sogenannte Referentenentwurf. Der Referentenentwurf ist so wichtig, weil er sich schon in der Gesetzgebung, also in diesem Prozess befindet. Und zwar hier. Das hier sind jetzt wirklich Vorschläge, wie ganz konkrete Gesetze geändert werden. Da steht da in Paragraph XY durchgestrichen. Wir wollen den jetzt so und so ändern. Also das ist schon super konkret. Und dieser Vorschlag, dieser Referentenentwurf, ist jetzt an verschiedene Verbände gegangen und an verschiedenste Leute, die jetzt da alle ihren Senf zu abgeben können. Und dann kommen die ganzen Vorschläge zurück oder auch Kritikpunkte. Dann wird es nochmal überarbeitet, geht dann ins Kabinett und so weiter und so weiter. Also ihr seht, auch hier ist noch sehr, sehr viel zu tun und das ist noch sehr weit von einem fertigen Gesetz entfernt. Aber erheblich näher als die Wachstumsinitiative und vor allem noch viel näher als das Interview. So, und was steht da jetzt zur Vergütung drin? Man könnte hier jetzt erwarten, dass vielleicht gewisse Dinge aus dieser Wachstumsinitiative hier schon reingeflossen sind. Nichts. Da steht gar nichts dazu drin. Also das bedeutet jetzt, in diesem aktuellen Referentenentwurf ist erstmal nichts drin. Es ist aber durchaus möglich, dass im nächsten Entwurf dann was reinkommt. Dass das dann später noch dazukommt. Das ist aber nicht sicher. Wir wissen es nicht. Wir sollten das aber wirklich gut beobachten. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist einfach wirklich noch gar nichts Konkretes da. Das ist halt irgendwie auch krass. Also auch ein bisschen ätzend, da nichts zu wissen. Ja, wie ist das Ganze jetzt einzuordnen? Ist das jetzt mit diesen negativen Strompreisen und den ganzen Scheiß, also ist das jetzt irgendwie echt ein Problem oder nicht? Doch, das ist schon tatsächlich auch ein ernstes Problem. Aber man muss auch darüber reden, wie man das lösen kann. Ob man das mit so einem Holzhammer machen muss, wie die das jetzt vorhaben, ist eine andere Frage. Fangen wir aber mal an, das zu erklären. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das EEG, das bietet Betreibern von Solar- und Windkraftanlagen jetzt erstmal eine feste Vergütung für jede Kilowattstunde Strom. Also typischerweise diese 7, 8 Cent, die ihr so bekommt. Das dürften die meisten von euch ja bekommen. So, und diese Vergütung ist in den letzten 20 Jahren von sage und schreibe 50 Cent die Kilowattstunde am Anfang drastisch gesunken. Und die Idee dabei war natürlich, dass Anlagen günstiger werden und das wollte man dann so einpreisen. Und das war ja auch so. Also damals war eine Anlage auch einfach viel teurer, das muss man fairerweise dazu sagen. Deswegen ergibt das tatsächlich auch irgendwie Sinn. Aber warum, was ist jetzt so ein Problem an dieser Einspeisevergütung und warum regt sich Christian Lindner darüber so auf? Und die Antwort ist tatsächlich negative und sehr niedrige Strompreise. Diese entstehen, wenn viel Strom produziert wird, zum Beispiel durch PV und Wind an sonnigen Tagen. Dann wird der Strom halt sehr, sehr günstig, weil der auch in den Stromgestehungskosten sehr niedrig ist. Und wenn gleichzeitig dann auch noch wenig verbraucht wird, kennt ihr aus dem Markt, viel Angebot, wenig Nachfrage, dann fällt der Strompreis an der Börse und zwar bis ins Negative. Man müsste also zahlen, damit Strom abgenommen wird. Das ist ein bisschen verrückt. Ist jetzt eher so ein Börsenkonstrukt, aber ja, tatsächlich ist es so. Und wie ihr hier erkennen könnt, passiert das 2024 immer öfter. Ja, da der Ausbau so gut voranschreitet und das klingt ja eigentlich erst mal gar nicht nach einem Problem. Doch, weil. EEG-Vergütung. Pass auf. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Also ich bekomme ja zum Beispiel meine 7 Cent Vergütung. So, jetzt ist der Strom real, aber irgendwie gerade minus 5 Cent an der Börse wert. Das ist jetzt stark vereinfacht, was ich hier erzähle, aber so versteht man das. So, und jetzt haben wir eine Differenz von 12 Cent. Also ich bekomme 7 Cent real, ist der jetzt aber gerade 5 Cent wert. Differenz 12 Cent. Und jetzt die Frage, wer bezahlt denn die Differenz? Und vereinfacht gesagt ist das der Staat. So, und das Geld kommt aus dem sogenannten EEG-Konto, dessen Füllstand ihr hier sehen könnt. In den letzten Jahren war das gut gefüllt, aber inzwischen geht es stark bergab und liegt sogar im Minus. Früher wurde das Defizit dann durch die sogenannte EEG-Umlage gedeckt. Also das war quasi ein Teil eures Strompreises und damit konnten wir das ganz gut ausgleichen. Die gibt es aber nicht mehr. Und jetzt muss der Bund, also wir alle, dafür aufkommen. Was kann man jetzt als Fazit sagen? Dieses System, so wie es jetzt ist, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Da muss sich dringend was ändern. Ja, was tun wir jetzt? Das ist ja irgendwie ein Problem. Man kann jetzt einerseits, wie die Regierung das plant, mit einem Holzhammer draufschlagen und sagen, alles abreißen und riskieren, dass der echt tolle PV-Ausbau, der gerade richtig geil läuft, zum Erliegen kommt. Und das plant die Regierung aktuell. Und ich halte das für echt problematisch, weil es gibt vielleicht ein paar einfacheren, schlauere Lösungen, ohne jetzt direkt mit dem Holzhammer draufzuschlagen. So, und ein paar von den Lösungen, die uns jetzt auf die Schnelle eingefallen sind, erzähle ich euch jetzt. Ja, die erste ist tatsächlich noch so ein bisschen geheim. Also das ist der Grund, warum wir nochmal nach Berlin latschen würden. Hier würde ich schon mal direkt an das PV-Quartett danken, an Ralf, weil wir haben da echt eine coole Idee, wie man vielleicht das Ganze ein bisschen verbessern könnte. Ich rechne gerade noch und dann stelle ich euch das bald auch vor. Der nächste Punkt ist, wir könnten PV-Akkus besser nutzen. Passt mal auf, ich habe ja zum Beispiel einen riesen Akku mit 30 Kilowattstunden und der sollte doch eigentlich irgendwie helfen. Das muss auch das Problem besser machen. Hier in gelb seht ihr den Ladestand meines Akkus von 0 bis 100. Also wie voll ist er? Und wir sehen jetzt, dass der, obwohl der so riesengroß ist, schon um 13 Uhr voll ist. Und wir haben jetzt nicht irgendwie mitten im Sommer, sondern wir haben jetzt hier heute schon September. Das heißt, eigentlich ist es schon gar nicht mehr so geil. Trotzdem ist der um 13 Uhr voll und danach speist die Anlage volle Pulle rein. Und ihr seht das hier in grün, das ist die Einspeiseleistung. Und genau das ist das Problem mit fast allen Hausakkus. Mittags ballern alle schon volle Pulle ins Netz, weil die Akkus zu früh schon voll sind. Bei kleineren Akkus geht das sogar noch früher los. Und eigentlich haben wir mit unseren PV-Akkus ja schon jede Menge Kapazität am Start, die das ganze Problem wirklich deutlich vermindern könnten. Aber wir setzen die aktuell wirklich gegen das Netz und gegen diesen Strommarkt ein. Und das ist halt scheiße. So, jetzt kann man sagen, alle PV-Besitzer sind super egoistisch. Natürlich nicht. Ich glaube, die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst. Der Grund sind aber auch einfach mangelnde Anreize. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Direktvermarktung. Also viele kennen bestimmt von euch jetzt sowas wie dynamische Stromtarife wie Tibber oder Avatar. Also das bedeutet ja, ich habe quasi einen Strompreis, der sich jede Stunde ändert und dem Strompreis an der Börse entspricht. Und dasselbe geht auch für die Einspeisevergütung. Also ich bekomme dann nicht mehr die fixen 7 Cent für meinen eingespeisten Strom, sondern das, was der an der Börse aktuell wert ist. Für jemanden wie mich mit einem großen Akku und einem vollautomatischen intelligenten System, so wie ich das für mich selber programmiert habe, es ist aber auch Open Source, wir suchen auch noch Entwickler gerade, ist das sogar mega geil. Weil für mich ist das der Hammer. Ich kann jetzt wirklich noch, habe noch eine zusätzliche Möglichkeit irgendwie zu handeln und so weiter. Ich kann daraus sogar Kohle machen. Das ist für mich cool. Und das ist wirklich ein echter Anreiz für mich auch oder für mein System, nicht einzuspeisen, wenn die Preise niedrig sind. Und genau das brauchen wir jetzt. Jetzt kommt aber das Problem an der Sache, das ist nur für Leute mit einem dicken Akku und einer intelligenten Steuerung geil, weil dann könnt ihr ja entscheiden, wann ihr einspeist. Hat man das aber nicht, dann wird das vermutlich für euch eher einem finanziellen Verlust enden. Wie gesagt, wir können das auch mal durchrechnen. So und jetzt könnte man auf die Idee kommen, es wäre doch auch sinnvoll, jetzt hier Leute, die bereits Einspeisevergütung zu bekommen, also so jemand wie mich, freiwillig zu animieren, aus dieser Vergütung rauszugehen. Ich würde es machen, in die Direktvermarktung. Ich würde es sofort machen. Für mich wäre das cool, wenn ich da jetzt sogar noch einen kleinen Anreiz kriege oder so, würde ich es echt ruckzuck machen. Also ich glaube, viele von euch, die auch irgendwie ein cooles System haben, wären auch dabei. Das wäre schon mal eine ganz gute Idee, um so einen sanfteren Übergang zu machen. Und da kann man vielleicht die Dauer für den Ausstieg nochmal ein bisschen verlängern oder das halt ankündigen, aber doch jetzt nicht mit so einem Holzhammer draufschlagen. Das ist einfach nicht gut. Der nächste Punkt, völlig klar, große Akkus bauen. Also ich meine, da brauchen wir glaube ich nicht lange drüber reden. Das macht langsam richtig Sinn. Erste Unternehmen gehen ja auch langsam an den Start und es wird finanziell auch immer spannender für die. Das Thema ist aber so kompliziert, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber klar, das wäre wichtig. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Der nächste Punkt sind mehr E-Autos. So banal es klingt, aber jedes E-Auto, was mittags zur günstigen Zeit lädt, das bringt ja Nachfrage. Das heißt, das bringt dieses Ungleichgewicht wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht. Und das ist aktuell echt Gold wert und hilft direkt. Das ist, also alles, was im Moment an Verbrauchern in Zeiten von günstigem Strom gelegt wird, ist gerade richtig cool. Noch ein Punkt, dynamische Netzentgelte. Der Strompreis besteht ja zu einem Viertel ungefähr aus Netzentgelten, also echt ein fetter Batzen. Und damit bezahlen die Netzbetreiber den Ausbau und die Instandhaltung unseres Netzes. Die sind je nach Region zwar unterschiedlich, aber mehr oder weniger konstant. Und es wäre viel cooler, wenn die Netzentgelte mit der Belastung des Netzes hoch und runter gehen würden. Das würde ja nochmal einen Anreiz setzen, sich da entsprechend zu verhalten. So nächstes Jahr soll das tatsächlich auch starten. Allerdings ist es nicht adaptiv, also das heißt, entsprechend der Netzlast verhalten sich dann auch die Netzentgelte. Nein, das wäre auch einfach viel zu digital. Also nicht, dass wir noch auf blöde Ideen kommen. Stattdessen macht man einmal im Jahr ein festes Schema. Jeder Netzbetreiber kann das quasi machen, also für einen Tag 24 Stunden und das gilt dann für das gesamte Jahr. Da kann man jetzt echt drüber streiten. Vor allem Sommer, Winter und so weiter, das wird da auch alles nicht berücksichtigt. Also ich, keine Ahnung, frage mich da auch, wer sich da das ausgedacht hat. Also wenigstens die Jahreszeiten hätte man jetzt hier mitnehmen können. Keine Ahnung, also wieder alles so halbgar. Aber trotzdem ist es erstmal cool. Ich freue mich auch, dass das kommt. Das hilft an vielen Stellen. Ja, Digitalisierung wäre der nächste Punkt und ganz ehrlich, dazu kann ich eine eigene Folge machen, denn wenn ich den Schwachsinn jetzt hier noch erzählen muss, dann muss ich mich echt einfach im Dauerstrahl übergeben. Also das halten meine Nerven heute nicht mehr aus, deswegen machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss. Ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, ich werde bald nochmal nach Berlin latschen und meinen Dank zum Ausdruck bringen. Bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, ihr seid auch noch kämpferisch drauf. Wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen anpacken, aber das kriegen wir schon hin, Leute. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.